Ja, Leute, wir sagen so Wacken-Rules, rain or shine. Ja, viele denken ja, wir machen hier ein bisschen Quatsch, wir fahren gleich nach Wacken, wir fahren doch nach Wacken. Wir sollten den Regenstern vielleicht am Ende doch hier lassen, das ist ein bisschen scheiße. Hier können wir sehen, Ticket haben wir hier, three days all in, da können wir richtig Alarm mitmachen. Dann haben wir uns hier noch, guck mal hier, Wacken, Skoll, ist wahrscheinlich eine Art Cola oder so, die man hier trinkt. Ja, Prosecco, glaube ich. Ja, Prosecco, genau, und dann gehen wir gleich erstmal in die Lounge. Und als eins der Wacken-Fans freuen wir uns über Wacken-Wetter. Ja, rain or shine. Das ist hier, Mats, das ist unser Fahrer heute. Mats ist unser Fahrer und DJ, muss man sagen, weil er gesagt, er sorgt für die passende Musik. Mach mal auf hier die, reiß mal auf die Möhre. Ja, ha, 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 ja, ha, 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 ha. Also Wacken, Rhodes, was wir erleben, das, äh, schoss auf die Hülse, Meister, das hören Sie hier im Frühstücksclub. Oh, Spür, Spür. Ja, dank Her... Ja, dank Her...